Es ist schwierig zu sagen, was die einzelnen Gründe sind. Es gibt viele Gründe immer, warum man am Schluss auf dem Platz steht, auf dem man steht. Und ich denke, die Tabelle am Schluss spiegelt die Saison wieder. Es gab bei uns schwierige Phasen zu Beginn, dann aber auch in der Phase, als ich da war. Ich weiß noch, nach dem Schalke-Spiel waren wir auch schon wieder vermeintlich abgestiegen. Aber was die Mannschaft ausgezeichnet hat, und nicht nur die Mannschaft, den ganzen Verein und auch die ganze Stadt. Wir sind immer wieder aufgestanden, wir haben daran geglaubt. Und es musste irgendwie am 34. Spieltag sein. Es hat sich so angefühlt, es muss genau so kommen, Heimspiel, volle Hütte. Uns war klar, wenn wir gewinnen, haben wir zumindest den Relegationsplatz sicher. Und ja, dann schaut man natürlich auch mal kurz auf andere Plätze und freut sich. Und ich freue mich auch, dass die Jungs da schreien, muss ich sagen. Ja, ihr fragt ja so viel.